Ja, ich glaube, wir müssen aus der Vergangenheit damit leben, dass man den Verein unterschätzt. Ja, man hätte es schon abmelden können, eigentlich hätte ich schon sagen können, nee, dann lassen wir es halt mit der zweiten Liga so, wie einige gesprochen haben. Ich kann das nachvollziehen, ich kann die Enttäuschung der Fans nachvollziehen, ich kann die Enttäuschung des Umfelds nachvollziehen. Es gibt nur Extreme, entweder richtig geil oder total schlecht. Irgendwann merkst du natürlich, du besitzt diese Stärke. Jeder Spieler hat es verstanden, dass er einen ganz besonderen Anteil hat am Gesamterfolg. Jetzt wäre der Trainer unser Papa und wir sind alle Brüder. Ja, das war Erlösung pur, muss man echt sagen. Also dann fällt einem einfach alles so von einem ab. Das ist wirklich so. Ich bin einfach losgesprintelt, ich wusste erst mal gar nicht wohin. Erste Bundesliga! Erste Bundesliga! Der Torwart ist ja! Erste Bundesliga! Erste Bundesliga! Vielen Dank.